Servus Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute mit Tobi unterwegs. Der hat eine Vollcross und wir fetzen jetzt mal ein bisschen durch den Wald. Genau, er hat eine Essex 250. Das war eigentlich richtig chillig. Konnte man so ein bisschen drüber springen. So ein bisschen üben. Boah, das geht schon richtig gut. Ich glaube, du musst so ein bisschen mehr das Vorderrad, dass das Vorderrad fast gar nicht das berührt. Alter, sauber. Ja, sobald man das Vorderrad gut hochbringt, ist man gleich kontrollierter. Oh, nice. Ja, wenn ich das erst gar nicht berühre, dann ist es echt gut. So, ab zum nächsten Grund. Ab zum nächsten Plätzle, wo man jetzt fahren. Wir sind übrigens mit dem vollen Akku gestartet. Ich bin gespannt, wie viel wir schlussendlich noch haben. Ich bin gespannt, wie der Tobi mithalten kann, wie das so läuft mit so einer größeren Maschine. Wird auf jeden Fall geil werden. Wir machen so eine ganz gemütliche Runde durch den Wald. Ein bisschen auf Erkundungstour gehen. Das ist ganz geil. Ja, mit den Reifen bist du auf jeden Fall Slippier unterwegs. Da kommen wir raus. Das habe ich gemeint hier. Gestern. Jetzt müssen wir mal wieder umdrehen. Aber das ist schon so witzig eigentlich, mit jemand anderem noch gemeinsam zu fahren. Auch mal deutlich besser wie alleine. Ich bin letztes Mal nämlich alleine hier durch die Flitz. Macht auch Bock zu mehr Kunden. Vor allem, weil es ja Elektro ist und dann niemanden stört. Aber es ist dann doch noch mal witziger zu zweit oder zu mehr. Das geht an unseren guten Trailer da unten ran. Da geht es auch gut runter. Nice. Willst du es gleich noch mal probieren hochwärts? Okay. Oh ja, es ist übelmatschig. Fuck. Okay. Oh fuck. Ja, nee, es ist saurutschig. Aber einmal würde ich es noch mal probieren dann. Oh fuck. Ja, nee. Egal. Dann müssen wir über den originalen Weg zurück. Aber wir könnten jetzt einmal noch geradeaus runter. Und da ist noch mal der andere Weg. Da kommen wir sicher wieder hoch. Ja, fix genau. Danke dir. Sprich drüber. Ich eier hier rum seit Tagen. Alter. Ja, sauber, ey. Boah. Boah, der Boden, ey. Boah, der Boden, ey. Boah. Jawohl. Dann fahren wir wieder über den Schotterweg und dann weiter, oder? Weil hier kommen wir ja nicht hoch. Nice, nice, nice. Oh, die sind neu. Kommt mir vor. Wow. Wohoo. Ja, Moin. Oh, da gibt's schon Gas, die Kerle, hey. Oh, ich komm ja gar nicht voran. Ey, yo. Voll in die Ayo. Alles okay. Das passiert mir auch so oft, irgendwie, dass das scheiß Vorderrad wegrutscht. Ui. Sie ist einfach nur, du musst nur noch Gas drücken und dann läuft sie schon. Also beim Aufsteigen auch schon aufpassen. Und Hinterradbremse ist links vorne. Wie hoch man hockt. Und du denkst, das ist voll das Spielzeug. Oh, die hat einen Gang drin. Ja, easy. Ja, lecker. Boah. 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 Boah, da traue ich mich gar nicht schnell zu fahren. Bei der anderen, da gebe ich halt einfach Gas. ja das macht spaß ich tue automatisch bitte mit der kupplung bremsen weil die zeit gewohnt bin also ich war ja einfach elektro zu sehr um jetzt den besser zu finden das nicht auf jeden fall aber es macht natürlich schon spaß die lässt die lässt sich ja übel gut will die fährt sich anders gut im wheel die wirklich 3 2 1 aber dann bin ich weg auf die plätze fertig keine chance wieder besser wie liebes jetzt oder war schön zu viel gas gegeben so leute ich hoffe ich habe das kleine video gefallen war richtig nice und tobi zu fahren hat richtig bock gemacht weiß ich keine weiteren videos verpassen wollt dann abonniert mich gerne würde mich sehr freuen und dann bleibt mir nichts anderes mehr übrig heißt danke zu sagen haut drei bis zum nächsten mal und tschüss leute